Willkommen zu einem neuen Let's Play James Bond Golden Eye Reloaded und bitte abonniert uns, wenn es euch gefällt und wenn ihr keinen Kanal habt, dann ist es doof. Das ist blöd. Du hast dich drei Sekunden nicht bewegt. Oh, das ist kacke. Eins, zwei. Uh, ist es scheiße. Okay. Boah, ist das kacke. Ich weiß. Das ist echt mies. Oh, die kleben ja die Granaten. Das ist halt echt mies. Ja, ja. Du darfst dich nicht nicht bewegen. Ja, toll, die Minen kleben nicht oder wat? So. Oh, voll die Klebgranaten. Aber echt. Bewegt deine Füße. Das ist echt bitter. Das ist echt mies. Das ist irgendwie kacke. Ja, irgendwie schon. Ach, klassische Gesundheit ist das. Alter. Ja, Schussweste. Wui. Was, warum? Ich hab die Schussweste gefunden. Echt? Ja. Wieso? Ich weiß nicht, weil ich da gestampfen bin. Äh. Verdammt. Okay, das ist scheiße. Wir kommen gleich wieder. Und bis gleich. Gut, da sind wir wieder. Was ist das? Das ist das Erdnuss. Erdnussknappe. Erdnussknappe. Ich weiß nicht, ob ich auch gleich was was was. Magst du nicht mal sagen? Ah, voll aus Salz. Was? Was sagen? Ach so, stimmt. Ach, oh. Schön. Wir fangen nicht doch mal an. Ne. Ja, ähm. Mit klassischer Gesundheit. Jetzt kann man wieder stehen. Jetzt genieße ich es richtig. Das ist schön. Zuerst stehen. Das ist so herrlich. Ja, ich habe die sogar Leben abgezockt, glaube ich, oder? Ja. Boah. Das ist doch keine Automatik. Nee, das wirst du von Anfang an, dass du nur lügst, du lügst noch. Das ist nö. Ich habe eine. Oh, verdammt, ich mach auch eine. Schussweste. Okay. Ja, wo ist er? Wie schaut die aus, wenn die da ist? Ich weiß nicht, die liegt irgendwo auf dem Boden. Ich moe brauchen, Alter. Auch nicht. Ne? Ich muss zusammen machen. So durch. Das durch. Das durch. Das durch. Ja, schau. Das hat schon länger gedauert. Das... Ja. Viel länger. Absolut. Gar nicht. Schusswesten bringen es nicht. Verdammt. Was heißt das? Schussweste! Ja! So schaut der Schussweste aus. Alles klar, jetzt weiß ich's ja. Wow, was war das für ein Geräusch? Was? Warum dauert das jetzt so lang? Ja, weil ich die Schussweste jetzt gerade eingehört habe. Oh, jetzt. Ich mag auch die Schussweste. Wann taust du auf? Hm. 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 Die kommt nur bei mir. Ich seh die nur. Die hab ich doch bald auch gesehen. Nee. Doch. Schau, da liegt sie. Wo? Ich hab dich... Wann hab ich was? Was? Boah, boah. Boah, boah. Boah, boah. Boah, boah. Oh, das ist klein. Alles klar, nicht die Scheiben einschließen. Boah. 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 Oh, das bringt halt so einen Garn. Halt ja vorteil bei einer Klebegranate, gell? Ja. Ups. Alter! Dank meiner... Dank der Schussweste hast du jetzt überlebt. Mit Glück konnte ich so noch was vornehmen. Jetzt genieße ich's richtig. Tada! Ja, jetzt fall ich nicht. Uh, uh, uh. Uh, die Scheiss. Ich weiß, ob ich mit ihm umgegen bin. Echt? Du kannst ihm mit ihm umgehen? Doch, natürlich kann ich es nicht. aber auch nicht... ...und den spielen nicht. Das ist doch scheiße. So was braucht man? War auch fickig. Alter! Bumm 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 bumm. Warum hast du eine andere Waffe genommen? Verdammt. Nehm' ich doch lieber die da wie äh...verdammt. Jetzt nehm' ich deines Neid. Und...schön! Nein, 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 da habe ich noch zwei Granaten. Hä, was ist die jetzt weg? Oh, verdammt. Ha, 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 ha. Oh, da bist du. Alter! Verdammt. Nein, doch gleich mal die Woche. Viel Spaß. Schuss-Weste! Ja! Jetzt hört das Geräusch. Alter, nicht die Scheiben einschließen. Nicht die Scheiben einschließen. Alter, nicht die Scheiben einschließen. Entschuldigung, ich sehe dich nicht. Bist du Musiker? Alter. Bist du da? Bist du da irgendwo? Bist du irgendwo da? Da hast du dich ja bemerkbar gemacht. Habe ich noch für die... Oh, ich habe für die ja noch Schuss, gell? Aber nicht für das Ding. Uuuuh, ich fahre es aus! Uuuuh! Nein, nein! Oh, du, du! Oh! 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 Okay. Vielleicht spielen wir heute noch ein Let's Play Tekken. Das... Was? Let's Play was? Tekken. Ich hole mal schnell die Hülle hier. Kann man das zu zweit spielen? Ja. Tekken. Das hier ist... Tekken. Oh, oh, warte! Auff! Mir doch, scheiß, geil! die 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 er auch das war es ich weiß nicht kann was schon eine ich mache beide Minen und dann noch ein Granaten also ja und dann und dann und dann und dann und dann und du stürzt und das war es mit Lesen jetzt Play weil warte ich schaue ob ich sehe ok Bea du gehst zu mir und tötest mich danke nein und Prost ich höre es dir du bist da tot schieß nochmal in die Luft Bea nochmal schieß in die Luft ich weiß ganz genau dass du dich töten willst ok Feuerwehr Feuerwehr noch drei schießen wir in die Luft gleichzeitig 1 2 3 und dann ist Ende 1 2 Salutschüsse ok Salutschüsse komm herher komm tschüss dann komm herher nein ok Salutsch mit einer Pistole ok achso 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 5 5 5 6 5 6 8 7